Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Psst, hey. Die Besucher finden der Eintrittspreis hier mir geradezu geschenkt. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzubieten? Ein neues Extra ist erfunden worden. Du weißt schon, so ein Extra wie in Ich geh mal schnell da rüber zum Extra und pudre mir die Nase. Oder Schau mal, ein Extra. Komm, wir setzen uns drauf und machen Pause. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Dir gehen langsam die Extras aus. Vielleicht solltest du schon mal ein paar der Älteren demontieren. Ja, hier kann ich einige löschen. Ein neuer Laden ist erfunden worden. Wer sagt da, es gebe nichts Neues unter der Sonne, der kennt aber deine Forscher schlecht. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Justin, wir haben ein Problem. Ein Fahrgeschäft steht kurz vor dem Ausfall. Wiederhole. Fahrgeschäft steht kurz vor dem Ausfall. Empfangt ihr mich? Over. Also das ist extrem lächerlich, was wir da eingebaut haben. Justin, wir haben ein Problem, Alter. Deine Forscher haben... Dieser Spruch ist schon sowas von alt. Blubber. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Mein Gott. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben? Anzeigen ... Schnelles zusammen, Hauptschüss. Deine Besucher erzählen INSER. Geht die Idee haben. Geht das auch nicht. Geht das über eine Abflanz. Geht das nicht. Geht die Idee. Geht das nicht. Geht das, Geht das nicht. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Mann, schon wieder falsch. Der Eismann ist da. Ich glaube, das war Eis, was ich machen sollte, statt Getränk. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Mann. Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Du verdienst nicht genug, um alle Mitarbeiter zu bezahlen. Du müsstest einige der Angestellten rauswerfen. Ja, dann gehen. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Ein neues Extra ist erfunden worden. Sogar die Extras bekommen jetzt zusätzliche Extras. Einige deiner Besucher haben Hunger. Du solltest ein paar Restaurants und Imbissbuden bauen, bevor sie verhung... Ich meine, bevor sie nach Hause gehen. Dir gehen langsam die Extras aus. Vielleicht solltest du schon mal ein paar der Älteren demontieren. Ich kann gerne dich demontieren. Die Warteschlangen vor deinen Attraktionen sind ziemlich lang. Die Besucher ärgern sich. Du könntest vielleicht die Fahrzeit etwas verkürzen. Sieh, was hat er denn? Da sagt einer schon Daumen hoch. Achso, ich glaube, er meint das Video. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Wir haben mächtig Ärger, Boss. Eine unserer Attraktionen bricht bald zusammen. Wenigstens ist wieder der Normaler gekommen. Deine Forscher haben die Geheimnisse eines neuen Ladens entdeckt. Die Welt ist gerettet. Ein neues Extra ist erfunden worden. Du weißt schon, so ein Extra wie in Ich geh mal schnell da rüber zum Extra und pudre mir die Nase. Oder Schau mal, ein Extra. Komm, wir setzen uns drauf und machen Pause. Deine Forscher haben eine neue Attraktion entwickelt. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Ich bin doch so dämlich. Wieso mache ich den dahin, wenn ich doch hier nachher Dings bauen möchte? Du gibst mehr für die Löhne deiner Angestellten aus, als du überhaupt verdienst. Vielleicht solltest du einige Mitarbeiter entlassen. Da draußen läuft eine ganze Menge durstiger Besucher. Schönen! Ob wir vielleicht ein paar zusätzliche Trinkhallen bauen sollten? Nein, sollten wir nicht. Die können alle ihren Hintern bewegen. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Pst, hey. Die Besucher finden, der Eintrittspreis hier wäre geradezu geschenkt. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben? Die Leute finden, deine Spielbuden sind sehr fair und man gewinnt oft genug. Weiter so. Ausgezeichnet. Einige der Besucher waren nicht zufrieden mit deinen Buden. Du solltest herausfinden, was da schiefgelaufen ist. Dank der exzellenten Ausbildung der Mechaniker läuft der Park wie ein gut geöltes Uhrwerk. Du verdienst nicht genug, um alle Mitarbeiter zu bezahlen. Du müsstest einige der Angestellten rauswerfen. Einige der Leute, die in deinem Vergnügungspark zum Essen waren, fühlen sich etwas übervorteilt. Du solltest bald etwas daran ändern, bevor noch mehr Besucher sich ärgern. 0G Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Also ich habe schon mal einen besseren Park hingekriegt. Aber wie gesagt, es ist nur ein Test. Das nächste Mal werde ich wieder ganz normal bauen, wie ich es sonst immer tue. Du gibst mehr für die Löhne deiner Angestellten aus, als du überhaupt verdienst. Vielleicht solltest du einige Mitarbeiter entlassen. Tschüss. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Wir haben kein Geld mehr. Der Sparstrumpf ist leer. Die Kasse auch. Wenn du sechs Monate in den roten Zahlen bleibst, bist du pleite. Also besorg dir schnell ein Darlehen. Ich bin gerade dabei, du Hans. Mann, hier. Die Leute finden, dass die Eintrittskarten zu teuer sind. Hast du schon mal daran gedacht, sie etwas billiger zu verkaufen? Die Leute mögen deine Drinks. Sogar der Preis schmeckt ihnen. Gratuliere. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Ich bin doch so ein Hans. Aber ich habe fast diesen goldenen Ticket erreicht. Du hast bereits alle verfügbaren Attraktionen gebaut. Bevor der Kenn-Ich-Schon-Effekt einsetzt, soll... Die Besucher meckern über deine hohen Eintrittspreise. Vielleicht solltest du sie etwa... ...deinen Park ist sogar gut. So, Einnahmen dieses Jahr Werk des Parks Um... Aber ich mache zur Zeit erstmal Gewinne. Ich habe jetzt wieder 50,970 Dollar. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Einige der Käufer von Getränken waren nicht zufrieden mit der Qualität. Du solltest etwas unternehmen, bevor noch mehr Leute deswegen sauer werden. Die Leute finden, dass die Eintrittskarten zu teuer sind. Hast du schon mal daran gedacht, sie etwas billiger zu verkaufen? Was gibt es denn hier Schönes? Pommes, Pommes, Pommes. Kann ich hier einsteigen? Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Jawohl, ich kann einsteigen. Juhu! Ein neuer Laden ist erfunden worden. Wer sagt? Das klingt gut. Du hast nicht sonderlich viele Extras in deinem Park. Na, du weißt schon. Bäume, Brunnen, Statuen, alles Mögliche. Was einem Park halt interessant war. Wenn du ein paar mehr bauen willst, schau mal unter Sonstiges auf dem Kaufbildschirm nach. Die Besucher meckern über deine hohen Eintrittspreise. Vielleicht solltest du sie etwas senken. Ein neues Extra ist erfunden worden. Sogar die Extras bekommen jetzt zusätzliche Extras. Okay, wow, toll. Muss der Nachbar ausgerechnet jetzt bohren. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Muss der ausgerechnet jetzt bohren. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Also falls ihr jetzt das bohren, ist das tut mir leid. Vorsicht, das Ding bricht zusammen. Du hast da eine Attraktion, die bald den Geist aufgeben wird. Ich hab ja nichts dagegen, wenn dein Nachbar bohrt, aber... In der Aufnahme ist das schon kacke. Aber ich denke mal, das wird man vielleicht eher weniger hören. Das bohren, oder? Weil die Musik lauter und so alles ist. Der Übungspark hat sehr wenige Extras. Sieht aus wie ein Tropenübungsplatz. Blatt und langweilig. Vielleicht solltest du noch ein paar mehr bauen. Schau doch mal unter Sonstiges auf dem Kaufbildschirm nach. Du machst das ganz großartig. Ja, nach einem Tag, dann bin ich ein Jahr dabei. Ja, nach einem Tag, dann bin ich ein Jahr dabei. Herrlich. Weiter so. Ja. Nach zwölf Monaten, dann krieg ich den goldenen Ticket. Die Leute finden, dass die Eintrittskarten zu teuer sind. Hast du schon mal daran gedacht, sie etwas billiger zu verkaufen? Nope. Die Leute mögen dein Essen und die Preise, die du dafür verlangst. Gut gelaufen. Ich bin doch so ein Honk. Da nicht 150 Besucher, sondern 250 Besucher. Um halt... Nie ist ein Mechaniker da, wenn man einen braucht. Manch... Ich... Ähm... Was ich sagen wollte... Ähm... Mann, halt die Klappe jetzt. Was wollte ich sagen? Ähm... Ich hatte es vergessen, weil er mich abgelenkt hat. Apropos, was sagen die Forschenden? Untertitelung des ZDF, 2020